So und herzlich willkommen! Wir spielen wieder Minecraft. Was spielen wir eigentlich? Ich habe das seit 4, 5 Wochen, Monate, Jahre, weiß ich nicht. Was ist das nochmal? Age of Ascension? Ja, gell? Genau, Age of Ascension. Auch Nevermind. Genau, Nevermind, ja. Ich habe ewig nicht mehr gespielt, also ganz ehrlich, ich habe ewig nicht mehr gespielt und ewig nicht mehr aufgenommen. Ich glaube dir geht es genauso. Sieh, sieh. Ja, was war nochmal der Knopf? Was? Genau, I war der Knopf, um das Zeug wegzumachen und zu holen. Genau, Eva, Eva, Momentar. Ja, wir haben uns ein paar Sachen getraftet, mit Fackeln und ein paar Picken, weil die alle verloren gegangen sind, irgendwann in der letzten Folge. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen Kohle zu schermelzen. Genau, und wir gehen jetzt meinen. Nein. Und ein paar Rohstoffe farmen wollen, ne? Dann geh mal vor. Ja, aber ich würde sagen, erstmal runter, weil, während du deinen ganzen Sound so konfiguriert hast, habe ich das Feld unten erweitert. Erstmal ein bisschen, ähm, erstmal ein bisschen... Was ist denn das lila ne da? Das ist doch dieser Ninja. Bei dem einen das hier. Das sind diese komischen neuen Samen, die ich da bekommen habe. Okay. Uh. Uh. Das will ich mal ausprobieren. Oh Gott, das ruckelt gerade bei mir. Oh Gott, ich kaufe dir mal einen neuen Rechner, ey. Das kann ja mal nicht eingehen, ja. Ja. Ja, der ist mittlerweile schon wieder zwei, äh, doch, zwei Jahre ist der Lapp jetzt wieder alles schon. Da müssen wir jetzt eigentlich ja da drin. Schon gerade Copper Coins. Lass uns jetzt einfach mal raus, rausgehen und rennen. Ich habe die Wasser alle schon ausgegeben, weil ich Munition gekauft habe. Nö, ich habe, äh, das sind 25 Copper Coins, ich habe ein paar Monster geschlachtet. Achso, okay, dann sind das deine, ja. Und ich meine. Ja. Lass uns nicht irgendwelche blöden Wurfsterne holen, weil das ist, macht vermutlich ein Damage 2 oder sowas und du brauchst vielleicht 10 Wurfsterne, dass ein Gegner halb tot ist oder sowas. 4 Damage. Ich meine. Flames all nearby on hit. Wie schlecht. 4 Range Damage. Mach das 4 Range Damage. Was macht die? 5 Schaden. Genau. Das Steinschwert macht 5 Schaden und ein blöder Wurfsterne macht, ähm, ähm, macht 4 Schaden und es kostet 2 Copper Coins. Und, gut, ähm, ja, du kriegst halt 8 Stück für 2. Ja. 0,5 dann rechner ich, ne? Hört sich nach einem guten Dealern, hast du ein Problem? Nö, mach das du willst, ne? Schau mich doch an. Bei mir, bei mir flackert das Wasser da. Es liegt wahrscheinlich an deinem Shader. Ne, da hab ich abgeschaltet. Ach so. Hat aber vorhin mit dem Shader auch schon rumgezappelt. Es muss irgendwie an dem blöden neuen Nvidia Treiber liegen. Der ist immer schuld. Das kann sein, ja. Nvidia ist immer schuld. Ach klar. Komm, lass uns hier weggehen, ich mag das nicht angucken. Warum denn? Das ist hässlich. Komm, komm, komm. Ich ernte grad ein bisschen ab, weil wir Essen brauchen für die Miene. Stimmt, ich hab kein Essen dabei, du hast vollkommen recht. Wir haben nicht so viel zu äußern. Aha. Leider. Dann fände ich was. Also, wir haben schon, ja. Das, ich glaub, in der letzten Folge war's, wo wir so jemalig verreckt sind, gell? Ähm, ja. Ja, doch. Ich glaub, das war die letzte. Das war's. Ende der letzten Folge halt, ja. Ich weiß nicht, dass das die letzte war, aber die vorletzte war eins von beiden. Ja. Ach, halt hier will ich doch hin. Bist du's fertig? Oh, ganze zwei Brote konnte ich wieder machen. Das ist ein kleiner Vogel. Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Das ist ja noch gebratene Hühnchen, äh, dill. Naja, eins hab ich gegessen. Ich geh einfach den Weg des Todes, wenn ich essen will. Dann nimmst du mein Inventar und ich sterbe einfach. Nee. Das ist doch scheiße. Ach, komm jetzt mit. Was machst du denn die ganze Zeit? Das ist nervig. Wir wollten doch mit die Biene. Ich will losgehen. Ja. Irgendwo hinlaufen. Ja doch, komm. So bin ich falsch, oder was? So, wir merken uns jetzt mal die Koordinaten. X 140. Also, minus 140, 200. Das möchtest du dir am besten. Ja. Ja gut, dann, ähm, mit sehr wenig zu essen. In der Tasche willst du laufen. Ja, ich hab gar nichts in der Tasche, aber du hast ja Essen. Das heißt... Ja, neun Brote. Wir töten jetzt schon ein paar Gegner. Hast du denn einmal die Hände? Hast du denn einmal die Hände? Ich hab gar nichts mitgenommen. Ich töte Schweine. Naja, schon. Lass uns wieder dahin gehen, wo wir letztens gestorben sind. Ja, wenn ich wüsste, wo es ist. So ein Knubbelmann. Oh Gott. Ich hab immer noch kein PvP eingeschaltet. Das ist ein Fehler. Hat sich ein bisschen angehört wie Chewbacca. Noch einer? Oh. Mhhmm. 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 Wir brauchen halt unbedingt Rüstung und so immer. Hünschen. Was ein Gegner? Ich brauch deine Hilfe gar nicht. Ein paar Freunde von mir haben so einen eigenen Server gemacht. Und mittlerweile haben wir auch so einen Seed generiert. Mittlerweile kann man beim Server generieren ja relativ viel einstellen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Dass man da die Spawnraten von Diamanten und Blöcken zum Beispiel hochhitzen kann. Dann gab es solche Stellen, wo die in der Welt waren, wo echt mehr Diamantblöcke waren als Steinblöcke. Super. Ja, wenn man sich so ein Diamanthaus bauen will, dann ist das perfekt. Wenn man nicht im Kreativ-Mode bauen will oder sowas. Okay, du bist noch bei mir. Das ist gut. Wird es schon wieder dunkel? Hallo? Also, ja, es wird gerade dunkel. Du bist sicher, dass wir gerade jetzt aufbrechen wollen. Wir sind doch gerade eben schlafen gegangen. Wieso ist denn jetzt schon wieder dunkel? Ja, keine Ahnung. Wir wollen ja eigentlich eine Mine bauen. Das heißt, wir graben uns jetzt irgendwo nach unten. Ja, wir könnten auch einfach bei uns in der Hütte nach unten bauen. Ja, dann hätten wir natürlich vorher schon auf die Idee kommen können. Habe ich ja eigentlich schon vorbereitet, aber ich dachte halt, du willst, äh, weiß ich nicht. Hm. 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 Ja, vollständig. Eine Fabierungsfolge. Eine Fabierungsfolge. Jetzt haben wir uns verloren. Weil ich wieder nach Hause rennen wollte und du bist scheinbar weitergerannt. Dann sag du, dass du nach Hause rennen willst. Das ist ja immer dasselbe. Du entscheidest einfach, ja, das ist das beste für mich nach Hause zu rennen. Also gehe ich nach Hause. Und fünf Minuten später kommt dann, was? Hab dich gefunden. Sieht aus wie so ein Monster. Da ist ein Monster. Ist mir egal. Ich gehe nach Hause. Wenn das dann dein Weg nach Hause ist, ich glaube, ja. Ich bin voll schnell. Ich brauche eine Flashlight. Man gibt's hier gar eine Flashlight. Das ist ein Zombie. Ähm, ich weiß nicht, wo du lang gerannt bist, aber ich glaube nicht, dass du auf dem Weg nach Hause rennst. Oh, ich glaube schon. Nee. Doch, das ist eine Fackel. Echt? Ich habe vielleicht ein bisschen Umweg genommen. Ich bin jetzt beim Feld. Das ist vielleicht mein Zuhause. Nee, bist du nicht. Dann bist du falsch gelaufen. Nö, ich kämpfe gerade ein bisschen. Achso, da oben bist du. Hm. Ja. Siehst du mich? Ja, ich sehe deinen Schriftzug, der keinen Schriftzug hat, sondern nur ein graues Feld. Geh mal am besten hier runter hier. Ich bin schon im Haus drin. Komm mal rein. Geh mal am besten jetzt hier runter. Das ist für die Mine, ganz einfach. Ja. Richtig. Was? Ja, habe ich doch gesagt. Ich habe mich schon vorbereitet. Ja. Ich höre dir nie zu. Das ist das Problem. Das habe ich doch gerade eben gesagt. Wollen wir erstmal einseitig bauen oder machst du die eine Seite oder die andere Seite? Ja, können wir machen. Aber ich brauche uns gerade ein bisschen Hühnchen. Weil fürs Meinen brauchen wir schon ein bisschen Essen, ne? Ich habe mich voll gefreut heute aufs Aufnehmen. Ja. Ja. Echt? Ja, voll. Das hat mir eigentlich auch schon gehört. Das hat's aber nicht geklaut. Ja. Komm, du hoch. Hörst du dir dein Hühnchen ab. Ich gebe dir den Hühnchen. Bringst du aber mit? Bringst du doch einfach mit? Gott, du bist ein faules Stück. Ja. Warum soll ich jetzt da nach oben gehen, wenn du schon oben bist und mir das Brathähnchen einfach bringen kannst? Ach, ich weiß. Ich muss ja die Axt. Was tust du? Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Geh immer noch kurz in die Optionen rein und tu mal die Helligkeit auf White da. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau. Mach die rechte Seite auf die linke Seite. Dann lass mich da mal kurz... Ach, ich drück immer die falschen Tasten. Ich bin immer noch E gewohnt als Inventar. Ich bin Tabulator gewohnt noch als Inventar von Starbound. Stimmt, das ist alles ganz kompliziert gerade, ne? Das war schnell. Jetzt habe ich die falsche. Ach, ich bin verbiiert. Ich habe keine Schaufel, ich habe keine Schaufel. Was? Hm? Ich habe keine Schaufel, ich habe keine Schaufel. Okay, ich habe auch keine Schaufel. Ich nehme da mal die Fackel. Okay. Ich habe die jetzt extra gerade mühselig auf den zweiten Port gesetzt. Das hat zwar gedauert, aber es hat geklappt. Seht das richtig, du habe keine Spitzhacke oder was? Doch, aber halt nur eine Stein, ne? Aber ich habe auch, glaube ich, ein Holz dabei. Also, falls es dann irgendwann so sein soll, dass wir... Das ist hell geworden. Ja. 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 Weil sie nicht da ist. Okay. Bei mir ist gerade schöne Musik. Bei mir nicht. Bei mir ist alles still. Ich stille Nacht, heilige Nacht. Aber das ist ganz normale Minecraft Musik, ne? Genau. Keine spezielle Musik von irgendein Streamingdienst oder sowas. Nö, 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 nö. Au, 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 Eisen, 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 Eisen. Das war auf meiner Seite, das können wir. Sehr schön, Eisen. Nix mehr? Nix mehr? Ich bin verzogen, 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 verzogen, verzogen. Ich bin zu langsam, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Ein bisschen vielleicht, ja. Ich bin zu langsam. Oh, oh, mach mehr Eisen. Yay. Geh weg, geh weg. Ich fühl's doch gar nicht. Ich brauch noch sechs, sechs Stück. Nice. Ach, du bist schon. Reicht fast schon für den Brustpanzer. Kriegst du mich. Eisenpicker erstmal. Oder Eisenschwert, das ist wichtiger. Für dich. Vielleicht ein bisschen, ja. Ja. Hast du was verloren? Nö, mir ist die Pickel kaputt gegangen. Ähm, ich mach mal ganz kurz ein, ein... ...Craft Drink Teuerbau. Was brauchst du das? Baue ich überhaupt richtig? Dann baue ich hier das Iron. Ach, was mach ich hier? Was mach ich hier? Ich stell dich nicht genau vor mich? Bongo. Hast du noch Kohle? Heiße Angelegenheiten. Hast du Kohle? Bitteschön. Ich hab keine Kohle. Ich hab sie dir grad hingeschmissen. Musst nur einen Schritt nach unten tun. Ach so, ich dachte, wenn... Du hättest wenigstens so reingeworfen, dass sie mit drin sind, John. Nein, hallo. Also... Das würde voraussetzen, dass ich das Spiel kann. Ja, egal. Genau. Das war zu viel erwartet. Mal was tolles zu tun. Na klar. Oh. Jetzt warte ich noch ganz kurz. Das ist alles Rohrmaterial. Passt schon so. Warte ich ganz kurz bis ein paar Eisenbahnen da sind und dann gebe ich dir eine Eisenpickle. Oh. Oh. Warum dauern das so lange? Das ist mir alles zu ruhig gerade, ey. Was mach ich eigentlich gerade? Ja, ein bisschen Glas. Gott. Ich muss echt viel mehr Minecraft spielen wieder. Ich... Vor allen Dingen sollte ich erst mal... Oh. Was war das denn? So, noch zwei... Eisen... Mh... Ingottsbruch. Ingot? Ingot. Hallo, mein Name ist Eisen Ingot. Genau. Eisen Ingot. Oh Gott. Mh... 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 So, noch andere. Fertig. Und jetzt... Ja, 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 ja... So, so... Und da die Stick Stick. Und da kommt es da hin und die kommt es mal hier hin. Bad da einfach. So, jetzt mal hier. Guck da. Bang. Yay. Die kommt nur für gute Sachen zu meinen Satz. Ach, stimmt. Das sag ich recht. Die muss man eigentlich nicht immer verwenden, ne? Solange bis wir halt gescheit, äh... viel Eisen haben. Ich hab nen Golden Nacket. Das hab ich auch. Oh! Als du zwei in der Kiste, aber... Was denn? Ja, da war noch Eisen. Ah, okay. Guck mal, wie ich deine Seite schon gebaut hab. Für dich. Ich war ja mit anderen Dingen beschäftigt, ne? Eben, deswegen. Ich muss nur eine richtige Arbeits-Stylung hier sein. Also du musst alles machen und ich muss nix machen. Du benutzt wirklich deine Eisen-Hacke? Nö, ist noch nicht dein. Wieso bist du dann so schnell? Oh! Gold Nacket! Ich bin schon... Du hörst es auch wenn ich... Du hörst es auch wenn ich... Du hörst es auch wenn ich was finde, gell? Jaja, das hört man immer synchron. Ja, dann tu ich wieder ne Fackel, warte, dann tu ich ein bisschen höher. Boah! Oh, da ist Eisen! Immer auf meiner Seite! Immer auf meiner Seite! Hast du gemerkt? Ja, das ist doch ein Zeichen. Deiner Seite ist nie etwas da. Ja... Irgendwie, gell. Sollten wir uns auch noch auf der rechten Seite mehr halten. Ah, bis jetzt noch nicht. So ab 13 können wir das gerne tun. Wo sind wir denn jetzt? Guck mal, ich bin zu faul. Guck mal Wumme, wie hoch wir sind. Ich bin zu faul. Ja, ja, ich hab grad geguckt. Wir sind grad auf... ähm... 23. 23? Das ist ja unglaublich. Ich muss dich mehr ärgern, ne? The Ancient Unrest is over now. Was? Du willst mich noch mehr ärgern? Oh, was denn das Laphis last, Wubi? Ich muss dich mehr ärgern und mehr beleidigen. Ich hab dich noch gar nicht beleidigt. Das stimmt. Ich bin aus der Übung gekommen. Ähm, jetzt nüsste ich dir heute meine... Ich geh mal kurz noch mal... Ich geh mal kurz noch mal... Lichter ganz hoch hier auf. Eizen, ich hab Eizen. Hast du noch ein Crafting Table dabei? Äh, ne, aber Holz. Und das ist TWAG? Mach mal alles Holz so. Nicht mehr Holz. Oder verholztes Holz. Keine Ahnung. Verholztes Holz hier Holz. Guck mal, da oben ist noch Lapislazuti. Wollte ich abbauen, aber dann hatte ich irgendwie... Keine Lust mehr, oder was? Keine Lust mehr, wie immer. Haben wir grad eine Steinpicker, willst du auch eine haben? Äh, kannst du mir gerne eine. Wenn der Inventar aussieht, ich bin so schlecht im Inventar sammeln. Weil ich ständig irgendwie Blöcke rausziehe und die dann aufteilen noch mehr Blöcke. Und das ganze Inventar voll mit Steinen. Super. Wie du sogar schön die Steine da wieder hinsetzt. Mit Coppelstone, dass es wieder hübsch aussieht. Das wäre nichts gewesen wäre. Klar, guck mal. Ich hab auf deiner Seite Eisen abgebaut und hab's dir sogar liegen lassen, dass du es einsammeln kannst. Ja, siehst du das? Ach, das ist aber die von dir. Hä? Ja. Ja, als wenn's nicht später direkt in eine einsame Kiste kommen würde. Ja, was so Sachen angeht, äh, ganz schlimm. Bei mir muss das alles wenigstens wieder mit Coppel zugeklatscht sein. Löcher in der Wand oder so mag ich gar nicht. Ich hab da überall Löcher gelassen oder so. Hast du schon wieder nen Nugget bekommen oder was? Nein, Kohle. Kohle. Ich hab ohne Kohle zu finden 6 Kohle gefunden. Verstehe? Sind wir auf 14? Jetzt kannst du's glaub ich mal lassen, ne? Genau, ab hier. Das markieren wir am besten mal mit Coppel. Und 12? Ich glaub auf 11 können wir noch gehen. Meistens von 11 gemacht bis 15 oder sowas immer so. Die Rieger. Oh, was soll ich sein? Ja, 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 ja. Halt das drauf. So, hier kann man so ein kleines Räumchen ausheben. Genau, mach du mal. Ich guck dir zu dabei. Also ich wär eher dafür, dass wir irgendwie gescheitene Mine finden oder so. Weil Strip Mining will ich jetzt hier nicht unbedingt anfangen. Oh, was ist denn das? Strip Mining ist für so Let's Play viel zu langweilig. Das kann man da trinken. Weißt du noch was das ist, ne? Ja, aber das ist ein Streifen ziehen, ne? Genau. Streifen ziehen? Das kann man nicht bringen, ja. Oh, ich hab euch fett geworfen. Oh, ich hab euch fett geworfen. Oh, ich hab euch fett geworfen. Ich wollte nicht schlagen. Ich hab das wenig Kugel gedrückt. Ich hau, ne? Was nachzuholen. Huch. Das wollte ich aber nicht. Also ich kann on the fly PKP einstellen auf dem Server? Das glaub ich jetzt nicht. Oh, Kohle. Glaub ich jetzt nicht, dass das geht. Schade. Mit einem Command würde es wahrscheinlich gehen. Stimmt. Das wär's mir wert. Einfach nur um dich zu ärgern. Könntest du mich auch zum Operator machen, dann könnte ich auch Commands eingeben für dich. Hm. Was soll ich jetzt tun? Ich bin ja selbst kein Op. Doch, bist du? Du bist doch der Administrator oder hast du dich selbst nicht als Op gesetzt? Und warum denn? Weiß ich nicht. Ich bin normaler Spieler. So. Wir gehen jetzt runter, bis wir eine normale Mähne finden. Grabe. Grabe. Ich mach jetzt auch keinen großen Gang, ich mach jetzt einfach so einen Pipi-Kacka-Gang. Einfach runter. Ja, mach du mal und ich lauf den da her. Müsst du mal weiter runter oder was? Eine gescheite Mähne finden. Meinst du, die findest du, indem du weiter runter gehst? Huch, was ist das? Ich hab hier, glaub ich, irgendein neues Erz gefunden. Nimm die Eisenspie-Pizza. Das dauert voll lang, was ist denn das? Das ist eins von der Nevermind-Mod. Kann was raus? Ähm, ich weiß es nicht, glaub nicht. Hat nicht gedingselt. Gut. Weil angeblich, ähm, kann man all die komplett neuen Erze nur mit Diamant abbauen. Okay, dann lassen wir dir am besten mal stehen, ne? Ja, genau. Probier noch einmal. Mit der Eisenhacke, ne? Ja. Nix, ne? Scheinbar nicht. Es ist nichts Neues reingekommen ins Inventar. Gut. Das ist der Flint, ne? Ja. Oh, mal drumrum, ne? Ja. Was ist das denn genau? Ah, das weiß ich. Das weiß ich leider nicht. Ist das auch eins? Block? Was bist du? Das ist scheinbar... Ja, das ist auch eins. Oh. Sieht auch wie Eisenblöcke aus, ne? Bisschen, ja. Das ist Redstone. Den kann man ganz... Tja. Stimmt, ich erkenne die auch so ein bisschen, weil die, ähm, nicht texturiert sind. Also nicht so texturiert wie die anderen Blöcke halt sind. Also, wenn man... Wenn man kein Texture Packer hat, sieht man ja echt einen kaum Unterschied, ne? Nee, nicht wirklich. Aber mit Texture Packer kennst du das schon, weil das ist ein irgendwie, ich glaub 32x32 oder sogar 64x32. Nee, die liebsten 32x32 sein. Und das originale Minecraft hat da, glaub ich, nur 16 oder sowas, gell? Ja, das kann sein, ja. Ja, das sollten 8x8 sein. Du hast mir gar keine Päcke gemacht, du Böser du. Ich hab dir ne Picke gemacht. Nein. Ne... Ja, ne Eisenpicker, aber du wolltest mir ne Steinpicker machen. Achso. Ja, weil ich hab ja kein, 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 genauer Crafting Table gehabt. Deswegen hab ich das keins gemacht, also... Dich aber nicht so nett von dir. Ja, du kennst mich doch. Ja. Das ist Gammelfleisch. Deswegen wollte ich eigentlich nur ne normale Mine finden, weil, eben wegen diesen Ärzten, ja. Ja, du machst das sehr gut, also ich lauf dir momentan sowieso nur hinterher. Das ist spannender, also... Ja, äh... Ich komm da, wenn's die Loot gibt. Ja, eh. Du kennst mich, ja. Wenn da Kohle steht, dann komm ich natürlich schon und helf dir freiwillig. Aber solange denn nur Stein abgebaut werden muss, dann will ich nicht, also... Ja, sowas. 13. Ich komm mit. Beziehungsweise auf die 12. Mhm. Da grabe ich mich jetzt einfach in eine Richtung. Und ich grabe mich ein bisschen in die andere Richtung. Ja, eben. Und dann... Da ist, glaub ich, schon wieder sowas komisches. Und im Nevermind-Markt sah zumindest hässlich texturiert aus. Ja, das ist hässlich texturiert. Oh, wieso ist denn da jetzt so viel Krabbel? Bei dir auch beim Frauen. Ja, die ganze Zeit. Nee, jetzt. Ich könnte natürlich einen Block runterkramen. Ich mach mal... Ich weiß, was mach ich jetzt? Wurde ich die ganze Zeit legen. Gleiche mach. Äh... Zumindest noch in zwei Jahren, ja? Ja, genau. Also ist natürlich jetzt wirklich extrem langweilig. Wollt schon mal gemacht werden, ne? Ja, wenn wir die, ähm... Vielleicht finden wir Monster-Spawner, das wär cool. Wenn wir die Nevermind-Mod-Sachen zeigen wollen, müssen wir die Ärzte zuerst finden. Außer wir cheaten uns natürlich alles. Wir cheaten gar nix. Wir cheaten gar nix. Wir cheaten gar nix. Hier, wir hätten nix gecheated. Baust du Redstone ab? Ich hab... Ich hab schon ein bisschen abgebaut, ja. Mh... Mh... Kann man lustige Sachen bauen, ne? Ich mach jetzt... Du bist die Eisenpick, ich hab keine Bock so lange zu warten. Oh, ich hab einen Screenshot gemacht, oder? Oh... Oh... Unglaublich cool. Bist der Screenshot, Mann. Nee, nicht wirklich. Doch, unglaublich toll. So, weiter geht's. Der Steinpicker. Aufrauch von da vorne. Okay. Hast du in der ganzen Zeit auch nix gemacht, ne? Weil wir nix hochgegangen oder sowas. Okay. Drei Diamanten. Okay. Vier Diamanten. Okay. Ach, wegen so vielen Diamanten komm ich gar nicht. Ja, doch. Jetzt kann ich schon Diamantenspitzhacke machen, um die Erde zu abbauen. Hm, hm. Was tun sie? Ich hab sie schon mitgesteckt. Hm, nein. Aber die sieht zergiebiger aus. Bleib bei dir. Nee, das ist grad noch ein bisschen Kohle. Und hier kam es die ganze... Lapis Louis und... und ähm... Redstone. Das war das einzige, was ich bekommen habe. So, ich geh jetzt die Diamantenpicker machen. Mh... Aber nur eine. Ja, ich hab vier Diamanten. Wenn du noch zwei findest, kannst du dir auch eine machen. Ja! Ich find zwei. Ich find sogar drei. Ups. Oh man, da kann ich... Kann ich nicht abbauen. Kann ich nicht abbauen. Könnte Lava unten drunter sein. Das wäre tödlich, ne? Ja. Boah, hier sind nochmal acht. Acht Eisen. Oh, was ist das für ein Erz... Runium? Warte, du kannst abbauen jetzt. Ja. Das geht. Ich kann natürlich auch die ganzen Crafting-Rezepte gar nicht, ne? Kann man sich gar nicht auch Waffen craften, ne? Ah, jo? Müssen wir echt mal gucken. Müssen wir echt mal gucken. Müssen wir echt mal gucken. Kannst du mir noch einen Eisen-Picke mitbringen? Wetter da, da. Ja. Ja. Mal ist schon halb heruntergewirtschaftet. Ist gerade... Ist gerade in Arbeit, mein Freund. Ähm, okay. Äh, hier Eisen. Zack. Kleiner Mini-Hitler, du. Nein. So, das hier ist... äh... Limonite. Limonite. Limonite? Ja, Limonite. Keine Ahnung. Hast du Drohnen gemacht? Ja. Boah. Und sogar recht viel davon. Ich hab Minecraft-Musik! Sei ruhig. Sei ruhig! Du bist der Bruder. Lies hören. Halt's Maul. Ich mag die Minecraft-Musik jetzt hören. Aber warum? Es ist so schön still, wenn du dein Maul hältst. Aber... Warum... Kommt hier überhaupt nichts... Ähm... Was... So ein Dungeon oder sowas. Die ganze Zeit... Graben wir uns hier blöd rum. Nichts ist... Ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist... Da ist Erde. Da geh ich mal hoch. Ich hör irgendwas. Ich hör Lava. Oh, da würde ich dann nach oben buddeln. Doch, gerade dann. Okay. Viel Spaß am Sterben. Oh! Noch nichts. Was ist... Was? Du weißt, wenn du dich nach oben buddelst und da kommt jetzt Lava, dann tötest du uns. Ja... Ich liebe ihr einen gefährlich. Ich grabe nicht im... Oh, es wäre vielleicht schön, wenn du mal ein bisschen zu mir kommst. Die Folge ist vorbei. Nee, komm du doch. Dann komm ich halt. Du wolltest, dass ich dir... Äh... Eisenpicke baue. Ja. Ja. Geh immer eine Eisenpicke und hau ab. Wissen wir jetzt noch. Wissen ganz woanders. Äh, ich bin halt am Anfang. Nein, die Güte, die Güte, die Güte, die Güte, die Güte, die Güte. Die Mie ist auch schon hässlich, ne? Bitteschön, habe ich hingeschmissen. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt will ich mal was gucken, okay? Ja, ja. Ja, ich sehe es aber nicht, wenn du was guckst. Dann hab ich nichts davon. Oh, was hast du denn gemacht? Erstlich um Nacht. Bin ich denn jetzt auf die Höhe? Okay, also man craftet hier auf jeden Fall nicht wie normale Sachen. Da oben ist noch was, mal da oben. Bau's ab. Hallo. Hallo. Was ist denn? Da, bau's ab. Wurde. Kann ich hinspringen? Fuss ich ihn? Ah, hast du bekommen? Na doch, du hast den bekommen. Wie heißt denn das?! Limonite. Limonite. Ah-ah. Ja, das ist was da. Ja. Limonenerz. Ja. Sieht die flessliche aus, hier. Du hast den Cerver kaputt gemacht Voll verschandelt hier Was fällt dir eigentlich ein Naja Unpowered Rune Wollt ihr mich verarschen, was? Oh Was machen wir? Hallo Oh Oh Nimmst du raus? Jetzt craftet ihr da raus ein Schwert Oh, das ist ein Limonenerz Ja, so kommt Das lassen wir jetzt mal da noch weiter Das ist ein gutes Schwert Ich weiß, du hast zehn Angriffsschaden Ja, das ist auch geil Oh, das müsste brennen Oh, das wäre so cool Hallo Wir machen ganz schnell Tschau, tschau, dass wir schnell noch eine Folge machen können Das ist doch ein schönes Schwert Ja, geil, aber Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal Warte, warte, warte Wie geht das nochmal? Was denn? F4 Das können wir uns noch umbelingen Ähm, 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 Kontroll Kontroll, wie war das nochmal? Mit den Glocken Alt, Alt, Alt F2 So, ich hab's auf C gemacht Ist der G2 X, X und C X und C X und C X, X, ach Gott, das ist kompliziert Und, 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 und Ja, das ist mein Kopf Ja, ja, ja Jetzt muss noch dein Kopf mit drauf Wo ist dein Kopf? Oh, das ist dein Kopf Riesenfetter, dicker Kackkopf Ja, hahaha Das klingt irgendwie komisch aus Mit so ner Männerstimme Mit so ner Frauencharakter So, okay Gut War schön, 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 schön Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.